Und du bringst mich weg? Nein, du gibst mir Pübeln und zwar Amnesia und Tearsstab, sehr gut. Gut, dass ich es benutzt habe, ähm, hat mich vorangebracht. Sehr gut. Und da haben wir, oh, den Pils hätte ich gerne. Weißt du was, ich gebe dir nochmal was. Paralyse. Hey. Noch eins. Eins kann ich dir noch geben. Toll, ähm, war der nicht noch irgendwo in Herz rumgelegen? Jawohl. Gut, dann kann ich ihm noch ein Herz verfüttern. Vielleicht bekomme ich ja irgendwann mal was. Nein. Hier hast du einen Zonk. Geh sterben. So in etwa, ja. Ach, das kostet nur... Ah, da unten auch ein Idiot, das mache ich denn. Ich tue mal wieder dummes Zeug. Himmeln Party. Nein, jetzt habe ich einen Braten... Ah, fuck. Oh, jetzt... Ach, die Regulation habe ich auch. Die wirkt nur alle 2000 Jahre nur. Mal. Hm, spiel ich, wo schockst du mir ab. Hallo, meine Freunde. Ich mache jetzt endlich mal ein wenig Damage auf. Ich bin auch endlich mal ein wenig schneller. So, das geht jetzt langsam direkt mal auf. So. Ist er, glaube ich, ein Bomben oder was ist da gespawnt? Ich glaube, es war ein Bomben. Ui, ich bin fast schon ein bisschen zu schnell. Oh, ihr dreht euch. Lust, ihr euch im Kreis? Ihr seid im Karussell. Ich habe auch keine Lust, Karussell zu fahren. Oh, Gelbgeister. Ich hasse euch Geister. Ich hasse euch Geister. Ihr spuckt nämlich Laser. Und... Ihr seid vor allem die roten Geister. Die hasse ich ganz besonders. Die normalen sind schon nervig, aber die roten spucken Laser. Was ich eben schon mal erwähnte. Aber... Ich dachte, ich... Ich dachte, ich... Sprechen! Ich dachte, ich erwähne es nochmal. So, wenn die Bosse eh nicht... Wo ich kann wieder Scheiße als Boss haben. Egal, drück drauf. Drück aufs Gas, Harry. Wer ist Harry? Ich habe keine Ahnung. Aber er drückt aufs Gas, auch nicht. Ah! Sag mal, geht's noch? Hier einfach vor mir zu spawnen. Das ist sexuelle Belästigung. Ja. Ich bin ein kleines Kind. Zeig dich an. Hier, stirb du Spaß. Das ist völlig richtig... Leute zu töten. Alter. Das lassen wir doch mal lieber. Findest du das in Ordnung? Findest du das in Ordnung, einfach so bei Menschen zu rollen? Jetzt wofür ganz... Oh, du... Lustig. Ach, oh Gott. Hilfe, 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 Hilfe. Geht es dir mal sterben? Bist du es, Mama? Nee, du bist das Herz. Du solltest gar nicht mehr kommen. Ich habe dich schon längst besiegt zehnmal oder wie oft man nicht besiegen muss. War das nicht irgendwie zehnmal besiegen und dann kommt es nicht mehr? Ich habe da sowas im Kopf jetzt gerade und die Fliege regelt. Fliege regelt das sehr gut sogar. Hey, wo ist mein Polaroid? Im Moment, das Gas ist wieder oben. Was haben wir da noch drin? Nichts. Bester Raum aller Zeiten. Mal wieder wunderbar. Das Spiel zeigt mir mal wieder all seine Liebe. Im Shop war nichts mehr gut, oder? Schauen wir lieber nochmal nach. Oh, doch, der Pilz. Speed was range up. Yay. Richtig, ich wollte meine Lemon Party noch mitnehmen. Ich bin bald viel zu schnell. Man kann auch zu schnell sein in dem Spiel, ja. Das ist nicht so lustig. Scheole. Ich bin noch schneller, jawohl. Ich kann das Licht noch sehen. Ich bin noch zu langsam. So, hier, komm. Hm, brumm, 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 brumm. Ich habe keinen Schlüssel mehr. Verfick dich, heißt das nicht. Äh, kann es mir irgendwas Gutes geben? Ich könnte doch die Spitze kaufen. Hab das nicht irgendwie? Dagi Food. Ja. Bun. Ah, Puberty, hey. Ich sehe noch irgendwas Gutes gerade. Nee. Das sehen die meine Werte aus. Naja. Damage könnte schon noch ein wenig mehr sein. Aua. Könnte schon noch ein wenig mehr sein. Aber ich bin fast schon ein bisschen zu schnell und werde wahrscheinlich jetzt gleich überall reinrennen. Ich habe eine Fliege, die für mich kämpft. Ist gefährlich. Hier, sterben bitte. Danke. Und tschüss. Hier einmal scheiße. Mit dem Flush soll ich mich fast verstecken, bis die Gegnerwellen alle da sind. Und dann halt einfach mal fluschen. Das wäre auch eine interessante Überlegung. Ich will nicht mal sterben. Aber ich mache jetzt doch recht gut Schaden. Oder das zweite Sau einfach nur die Fliege, die Schaden macht. Und ich mache nicht wirklich Schaden. Und könnte glatt sein. Das ist... Nee. Es kommt danach noch ein Shop. Ich hoffe, dass noch ein Shop kommt. Im Vorletzten kam schon keiner mehr. Oder? Wie? Schon fertig? Na gut, dann. Bring mir mal die Bosse an. Weil die mir auf den Sack geht ohne Ende. Ich hasse euch. Das ist denn wirklich ohne Ende. Diese fliegenden Dings da. Oh Gott. Okay, er fliegt eh. Er wäre eh immun gegen. Meine Dings von uns da. Meine Lämmenparty. So, bitte sterben. Danke. Tschüss. Macht 50 Cent. Was gab es da noch, Bruder? Das ist nichts mehr wirklich. Denn Schlüpfer vielleicht. Schlüpfer. Das ist ein Schlüpfer. Das ist kein Stammel. Das ist ein Schlüpfer. Kann ich hier? Ich kann euch auch nicht flaschen. Sehr gut. Flaschen nicht möglich. Das ist vielleicht eine Flasche. Aber du kannst nicht flaschen. Ich habe das Gefühl, die Fliege macht mehr Schaden als ich. Und Bantore zusammen. Sag mal, willst du mich verarschen? Dreck spielen, du bist. Ah, da haben wir noch was. Samara, Samara, Samara. Scheiße. Druck mir nichts. Noch eine Münze. Es ist Druck ein goldenes Herz. Wie zählt das hier? Beim anderen Ding war es irgendwie pro Raum. Zählt das hier pro... Pro Welle, oder? Ne, hier gibt es auch noch... Ach ne, hier gab es keine anderen Items mehr. So war das. Nimm ich den Pilz noch mit? Jawohl, extra live. Nimm mal mit. Komm. So lecker jetzt. Ist da noch so dahinter? Oh, blaue Herzen. Sehr gut. Können wir nicht da schlafen legen? Nein. Und mein goldenes Herz ist weg. Sehr gut. Wunderbar. Wie soll den Scheiß mal kommen? Chaos? Ich weiß nicht. Ich nehme Chaos irgendwie mal gern mit. Ich weiß nicht warum, aber ich nehme es gern mit. Nicht, dass es irgendwie schon, dass es sich viel bringt, aber ich mag das Item. Ich weiß nicht warum. Und ich werde kein Geld mehr bei Greed haben. Sehe ich gerade. Sehr gut. Tropfen wir nochmal irgendwas. Ab hier ab. Na, wechsel. Etwas. Okay. Okay, ich habe da noch was zum Fluschen. Ich habe, glaube ich, recht da unten. Da liegt Geld. Hä? Du musst mich verahnen. Na, Greedköpfe. Richtig, jetzt kam noch diese Greed-Scheiße, oder? War das nicht irgendwie so? Oder ein Haufen Blitz? Ich weiß nicht. Egal, ich... Mein Damage Output ist nicht da, wo er sein sollte. Soll das nicht irgendwie tot sein? Mö, sehe ich gar nicht. Oh Gott. Lass mal ihn töten. Er entzieht mir Geld. Das ist schlecht. Ich habe eh kaum noch welches. Nicht unbedingt mein Beste ran. So, machst du mal auf. Nein. Danke. Du hast mal auf, da rumzuspringen. Du hast mal hinter den Spaß. Du machst wieder nicht auf. Du musst aufmachen, wenn ich vor dir stehe. So hat das doch gar keinen Wert. Ich glaube, den werde ich gar nicht als letztes töten. Oh, er ist tot. Okay. Ja, Jesus. Au. Ja, komm. Hm, 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 hm. Äh. Irgendwie hätte ich jetzt wenig mehr erwartet als... Ne, Fliege. Kann ich die fluschen? Nein. Ja, das wäre auch zu schön gewesen, ne? Also, ist denn der... Fettsack. Vielleicht soll ich jetzt nicht in jeden Gegner reinlaufen. Das ist auf Dauer suboptimal. So, schon mal ein guter Anfang. Oh, die Fliege regelt das alles. Okay. Fliege ist mein liebster Freund. Äh. Ist mein einziger Freund, genau zu sein. Und selbst die mag mich nicht. Ich bin so eine Zweckgemeinschaft. Ich stinke, sie lebt hier. Wow. Mann, entspannt. Ja. Könnt ihr euch nicht gegenseitig damit töten? Au. Töten. Ist ja toll. Ist aber auch toll, wenn ich nicht so oft getroffen werde. Würde, glaube ich. Habe ich gehört. So ein Gerücht. Weiß nicht, ob es stimmt. Oh Gott. Was habt ihr denn gemacht? Also außer Gegner gespawnt. Ich habe euch die Augen zugehalten. All richtig. Ähm. Das ist jetzt sehr gut. Ausweichen unmöglich. Ausweichen einfach mal unmöglich. Aber passt schon. Dann noch groß was zu kaufen lohnt nicht. Ich könnte ein paar Shopkeeper töten. Ich könnte ein paar Shopkeeper töten. Noch ein Geld absahnen. Und eine Karte. Das ist an. Na toll. Na toll. Ich habe jetzt kein Blösel mehr für den. Äh, keine Bombe mehr für den Altenraum. Fuck. Ich kriege hier auch keine mehr. Sehr gut. Dann kein alter Geheimraum für den Geheimraum. Ach. Leck mich. Führt den Kackraum da halt. The Sun. Ach, die Sun hat mich geheilt. Oder? Ich glaube, die hätte mich geheilt. Wo sie sie weggeworfen haben. Und mich irgendwie effizient genutzt. Oder sowas. Absurde Gedanke. Oder? The Sun hat uns geheilt. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ja, er ist tot. Okay, wir schließen mal die Schlüssel. Oh Gott, ich habe viel zu wenig Schaden. Viel zu wenig. Was lust? Oh, das lust alles. Du. So wie mehr hat der Mensch. Ich brauche Sensor. Habe ich doch schon von diesen tollen Sensen erzählt. Ich habe jetzt leider keine hier zu demonstrieren, aber es ist ein echt toll. Und ich kann das nicht normal benutzen. Ja, ja, halt sie dadurch. Sehr gut. Ich mache viel zu wenig Damage. Oh, da geht die Tür auf. Großartig. Großartig. Aber schon, wenn es das großartig ist, dass... Ich mache zu wenig Damage. Ich finde, dass das sind so andere Fäden kann ich ignorieren, größtenteils. Die platzen einfach auf und explodieren halt ein bisschen so sich hin. Die kann man ignorieren und... Bomben. Bomben kann man auch ignorieren. Also zumindestens... Ich kann die ignorieren, dass ich mich doch nochmal mit... Blinken mir, glaube ich, nicht so viel, aber... Das ist umsonst. Ich meine... Ich muss sogar, dass das rausdrucken kann. Ich kann das immer oder... Ist das so ein Glied, unter Glied exklusiv Teil? Ich will mal wieder sterben, denke. Ich würde gerne nochmal fluschen können, aber das wird mal nix. Oh. Ich wollte da nicht rein drehen, aber... Ich werde diesen Verlangen nach Schmerzen. Schmerzen. Ich komme jetzt schon wieder Bomben. Mehr Bomben sind in Ordnung. Tut ihr denn mit seiner eigenen Leute auch? Ja, tut ihr gut. Sehr gut, ahm. Wärst du noch mal mit Bomben? Hey, Bomben. Bomben? Ich will Bomben. Äh, was ist jetzt kaputt? Das macht nichts zum Bein. Explodieren auch einfach nur versichern. Er blinkt irgendwie. Also als Dingspunkt möchte ich das auch nicht spielen. Das sieht man mit epileptischen Problemen. Epilepsie. Mit epileptischen Problemen. Ah, nicht das hier. Nee, ich habe hier ab. Nee, ich habe hier ab. Ah, habe hier ab. Natürlich. Ich mache einfach viel zu wenig Schaden, um das effektiv irgendwie stoppen zu können. Hier oben sind nur noch zwei, die wegsprengen mussten. Muss ich das wieder machen? Hallo? Ich erwarte von dir, dass du das machst. Noch nicht Herzen. Nicht schon wieder Herzen. Noch so schnell. Ja, komm. Damit ich das ja nicht hinbekomme. Bomben? Ja, Bomben sind gut. Bomben wie? Wollen wir das an der eigenen Tüte? Und mir praktisch völlig egal sein kann. Nein, nicht Schlüssel, nee, Schlüssel, nee, Schlüssel. Komm schon. Ja, lass sie alle raus. Gott. Dann laufe ich mit Überschallgeschwindigkeit. Dann ist das viel einfacher und unproblematischer. Du wirst jetzt bitte mal sterben. Ja, ist mir jetzt egal, ob das wieder Schlüssel sind. Wir ignorieren jetzt einfach die Schlüssel und töten ihn. Wir können ihn gerade nicht töten. Na toll. Der guckt, er würde sterben, bevor er jetzt bereit ist. Aber nein. Oh, ich habe ihn getötet. Also geht doch. Was ist da oben zwei vergessen? Ich habe erwartet, GB Bug. Ich habe einen kaputten Game Boy. Okay. Wir werfen Geld in den Automaten, der offensichtlich nicht... Okay, ich habe offensichtlich nicht noch mehr reingeworfen gehabt. Okay. Dann werfen wir jetzt hoffentlich nochmal möglichst... Ach, richtig, der hat gestunt beim letzten Mal. Das war ein Eckestand. Er ging nicht mehr. War kaputt. Ach, und es ist wieder soweit. Ich hasse dich. Lass mich mal da rein. Gut, dann haben wir wieder einen Griesland hinter uns. Das war jetzt Eden, ne? Ach, Lilly, für das in Hölle werden. Wer muss denn noch Krieg machen? Nein. Samson. Lazarus. Hey, guck, hast du, was da unten im Raum ist? Hm. Einspust hier es ab. Vielleicht? Erstmal drüber nachdenken. Ah, wo die eine Welle machen wir noch. Äh, die eine Welle, also... Die eine... Gegnerwelle. Und dann gucken wir erstmal, was noch so in dieser Kiste ist. In dem goldenen Raum. Ey, im item Raum. Im goldenen Raum. Wenn ich es soweit schaffe, bin ich gerade schon sehr skeptisch. Bin ich sehr skeptisch, wie gesagt. Gerade so, wie ich würde das spielen. Weil ich habe mit eben einer relativ, ja, mäßigen Skillung es geschafft, äh, Krieg zu kämpfen. Auch wenn ich gegen die Münzen kaum was ausrichten konnte. Ist nicht so gut, wenn man nichts gegen Münzen ausrichten kann. Dann gehen wir nämlich ständig die Räume auf und... Das erste Mal mit Brimstone. Hatten wir schon lange nicht. Ich bin nicht immer wieder Brimstone am Ende, der Wahnsinn. Ich bin nicht auf Brimstone fixiert. Ja, Brimstone ist doch nicht nötig. Let's keep the Brimstone. Ähm, wird es... Oh. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht den Schalter drücke, aber das geht jetzt A nicht mehr und B würde mich das auch töten. Sehr gut, ähm... Ich bringe einfach die Scheiße raus. Spülen wir das Klo runter. Ich kenne das, wenn das Klo verstopft ist und es die Scheiße nicht abspült. Ja, das ist scheiße. So, weg mit euch. Hier haben wir noch Herzen. Glücklicherweise. So wie ich spiele, nicht mehr lange. So, wir brauchen einen Charlysel. Wir brauchen jetzt zwei Charlysel, aber ich gucke erst mal da rein. Damage plus Range up. Hm. Da es eh nichts Gutes im Shop gibt, kaufe ich mir noch einen Schlüssel. Hm. Dies hat sich jetzt aber gelohnt. Hm. Ich wollte gerade sagen, da fehlt doch was. Zum Beispiel ein Gegner, der mir ins Gesicht springt. Ja, wer ist ein braver Junge? Ja. Wer hat den ganzen Tag auf mich gewartet? War das mein Wurm? Ich habe ein Wurm als Haustier. Hm. Klingt irgendwie nicht sonderlich beeindruckend. Ich hätte ja gerne einen Igel. Aber... ...die sind so ein bisschen anspruchsvoll, wo sie gerne leben und so. Wir möchten auch durchgehend irgendwie, was war das, 25 Grad so rum haben. Und bestimmt ist das so Zeug. Und dies kann ich mir auf dem Platz her gerade nicht so wirklich leisten, weil... Öh. Okay. Ich habe jetzt irgendwie auf einen Laser gewartet, aber der kam nicht. Aber irgendwie, ähm... Ja, die brauchen schon so ein... ...1, 2 Quadratmeter, ne? Wenn man es richtig machen will. Klar, man kann es auch in einem Schuhkarton halten, aber erstes Mal ist das nicht artgerecht. Und zweitens werden sie sich da rausbeißen, vermutlich mal. Was auf Dauer irgendwie nicht so gut ist. Ich möchte auch nicht einen Igel hier frei rumlaufen haben. Der würde vermutlich nur irgendwo runterfallen und sich verletzen. Was ist das? Auch nicht so frei. Also ein Igel ist auch so cool. Ähm, au. Au. Ich sollte mit noch mehr reinlaufen. Ja, ja, ich sollte da reinlaufen. Oh, Luck ab. Sehr gut, ähm. Jetzt kann ich glücklich sterben. So ein Luck. Jetzt kann ich sterben. Ich habe einfach die Schnauze gehalten. Oh, ich darf... Ich bekomme... Ja, ich bekomme ein Item und darf weiterspielen. Das war der Grund, warum ich jetzt sterben wollte. Dieser und kein anderer. Ähm, holl ich. Also, ich wollte, äh... Bloodlust bekommen. Ich bin mit Absicht gestorben. Ich wusste, dass das jetzt passiert. Ich habe das nicht irgendwie komplett vergessen oder so. Nee, nee. Ich kenne mich aus, ja. Oh. Deswegen haben wir das mit Absicht gemacht. Lemon Party. Health Up. Hey. Ich wusste auch, dass ich dieses Health Up bekomme. Und wie gesagt, das war alles Absicht. Das war geplant. In meiner meisterhaften Strategie. Hm. Ja, ja. Strategie, ja, ja. Ganz klar. Hallo. Hm, hm, hm. Gar nicht mal so schlecht. So, was haben wir denn da noch so? Du willst Schlüssel. Ich habe aber keine Schlüssel. Du willst Bomben. Die kann ich dir entgegen geben. Sehr gut. Was haben wir da noch drin? Aber hallo. Äh, das nehme ich mal mit. Und das nehme ich auch mal mit. Und das nehme ich auch mal mit. Nachher gleich. Nachher nehme ich das mit. Nachher. Nachher nehme ich das aber mit.